so hallo und willkommen zurück bei world of warcraft wir sehen wir sind auf dem weg wir quatschen was machen wir denn da hallo 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 wir müssen da längst so wir machen uns mal hier auf die socken den großen dicken pfeil hinterher was sollen wir eigentlich machen wir müssen noch kurz auf die karte lauern irgendwo haben wir die karte damit die karte da ist sie sucht ob es eingetauschtes gebräu das müssen wir auch machen wir müssen auf jeden fall in diese richtung diesen weg wir haben doch ein reittier warum benutzen wir das nicht rauf auf den goldkönig zack da ist ein wolf da hinten ist es das fragezeichen zack da oben ist er dass man auch einer dann ein quest für uns wo sind wir denn hier gelandet oh mann oh mann oh mann so erstmal hoch der leichten arm fest beenden hat natürlich wieder was findet den leuchtenden edelstein das machen wir was haben wir für ein krim hier oh gott schickt diese übliche kreatur wieder zurück in die tiefe aus dem sie hervorgekrochen ist na gut das machen wir ja okay zack so stufe 22 wie herrlich so ich brauche ein ziel was umgültiges ziel kommt nicht an unser andes fiech kann ich noch nicht wirken so was hast du dabei leuchtender edelstein wir sollen aber irgendwas warte mal wir sollen aber irgendwie da hinten ist das fiech das sollen wir umlegen ok müssen wir denn ja machen das ist auch hin damit ich daran gehen hier so wir sollen diesen leuchtenden edelstein finden ich habe kein ziel ja warum nicht da hinten aber ich brauche ein ziel ist ja gut ist ja gut so was ist denn dabei immer noch nicht aber irgendwo muss doch dieses auf jeden fall den decken oben den müssen wir auf jeden fall umlegen hast du den edelstein dabei ach immer noch nicht so mein freund 1200 etwas alter das ist natürlich auch nicht ordentlich ein bisschen arbeit dran wir geben unser bestes so es kämpft mal für mich noch nicht doch du musst jetzt langsam mal was tun von alleine wird es hier nicht aber sowas von kein problem erledigt den leben machen wir auch mal kleiner ich habe kein ziel warum nicht wieso ist denn das verschwindet das okay na gut den nehmen wir uns vor du hast noch einen edelstein dabei diesmal ach mensch warum hast du keinen edelstein dabei mach ich irgendwas verkehrt oder was so immer noch nicht kann ich noch nicht tun auch hin da ist der leuchtende edelstein endlich so was wollen wir noch da hinten ist noch irgendwas da drüben können wir das rüber latschen da ist doch irgendwas können wir das benutzen aha eingetauchtes getauschtes haben wir auch super so jetzt gehen wir mal zurück schwingen wir uns mal wieder auf unseren kleinen goldkönig bringen wir mal die quest weg das ging ja ziemlich easy so weit so gut so hallo mein guter was das denn schön ist schuhe ausdauerkredit der trefferwert was haben wir denn da rüstung und wirklichkeit mhm was ist denn ausdauer wir brauchen ausdauer auf jeden Fall die nehmen wir mit perfekt und wir jetzt wieder zurück sind wir jetzt auf dem richtigen Wege da hinten sind wir wieder hin das machen wir bringen wir mal diese hups bringen wir mal die quest wieder zurück hier war doch irgendwo ein wolf ne da ist er doch die läuft direkt bei uns vor die Nase so und dort und fälle über die Ohren und weiter rauf auf den König hier komm sehr schön nicht mehr dieses ewige Laufen wir können reiten das ist viel cooler viel besser so durch die Flammen und da oben da ist einer hallo hier Licht getauscht weiter weiss bin bringe alles hin zum Weißboden hast du gesehen okay was hast du noch den Edelstein bitteschön hoch Belohnung werden was haben wir denn da was ist das rund Mantel rund Blattmantel Schulterpanzer das sind Schulterpanzer die können wir benutzen die haben wir noch gar nicht ach gut da ist noch jemand wer hat was für uns da habe ich mich jetzt getäuscht ne das war's okay wo sollen wir hin ganz darunter und das machen wir aber erstmal schauen wir uns mal unseren Charakter an weil wir haben noch tolle Sachen in unserem Beutel wo war es jetzt da den haben wir noch gar nicht zack jetzt haben wir Schulterpanzer ich werde wahnsinnig und die wollen wir auch mal anziehen die bringen uns nämlich gar nichts Streitkolben mir bringt das auch nichts Kette Rüstung Ausdauer ne was ist das hier plus ein Ausdauer minus ja ja dann lassen wir so wie es ist das schon in Ordnung so Beutel wieder dicht Charakter auch dicht so und rauf auf unseren Gaul den machen wir uns dann mal auf die Socken dahin halt warum ist denn hier noch da ist noch jemand was hast du denn vor uns ah ne genau siehste jetzt reiten wir damit das Ding ist noch ein bisschen schneller als unser Apparat genau und wir können sogar querfeldein ohne dass wir angegriffen werden das ist doch mal perfekt so soll es sein sehen wir noch ein bisschen was von der Gegend hier Lager der Distel Fälle aha hier hätten wir auch durch müssen und die sind alle bestimmt nicht nett zu uns Astronara okay hier brennt das auch an jeder Ecke so wie darf ich helfen den Quest Ben den wollen wir noch wunderbar nun kommen wir mit dem Freund so wo haben wir es noch da hinten da ist noch einer der hat bestimmt der hat eine Quest für uns och zwei sogar mein Gott so hallo lösche 15 Feuer annehmen gut das machen wir was haben wir noch das Glück sei mit euch geh nach Wald Waldeslees im Märchenteil aufgeregt ja gut das können wir nachher machen das machen wir später das Viech neben da wir wollen erstmal unsere Quest hier abgeben da ist nämlich eine drinnen da oben da ist eine Quest für uns die wir abzugeben haben hallo der Edelstein was ist jetzt denn los warum wird hier geheult wir sollen 15 ja die sollen wir umlegen was 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 so und da drüben ist da noch was da ist auch noch ein wo war es denn jetzt hier ist es da in der Bude gehen wir mal rein hier in der Hütte da ist noch jemand ach so ich bin ganz wohl das glaube ich lebt wohl bitte sehr nimm das hatte war das jetzt eine Quest für uns oder nicht ne war nicht ich habe Hunger kann ich etwas in Einfahrt haben was muss gewählt haben vielen Dank so kein Problem das machen wir doch immer gerne erhalte die eine Träne ok gut mögen euch die Sterne leiten ja wir genau dass uns die Sterne leiten das werden wir sehen wir sollen jetzt wohin warte mal wir haben doch hier eine Schleuder können wir da raufsteigen können wir die benutzen kann wir nicht mhm erstmal sollen wir hier Feuer löschen das machen wir wir löschen erstmal hier ein bisschen Feuer so zack wo ist denn der Eimer eine von 15 ok das wird ein bisschen Rennerei werden hier aber das kriegen wir schon hin ne so 2.15 da oben auch können wir da hin super das ist doch perfekt brauche ich ich brauche ich brauche nicht so dicht dran glaube ich ne da noch mal ist zu weit weg ist doch zu weit weg jetzt aber nicht und jetzt aber hallo kann nicht so schwer sein hier so ein Feuer zu löschen sag mal macht das Feuer aus oder soll das hier brennen ich muss näher ran ja gut gehen wir mal näher ran so jetzt aber hier dein Brennfeuer oh Gott wenn das schon nicht klappt müssen wir da hinten mal hin das brennt auf jeden Fall da die Hütte so zack das haben wir gelöscht ups warte mal wir müssen da links so da brennt auch mal was ist das hier vorne oder ist das da hinten ach das ist klar da oben ist auch noch mal ein bisschen was Feuer löschen Feuer löschen so so langsam kommen wir da kommen wir da hin das brennt hier auch so löscht das Feuer sag mal ist das hier vorne der Baum oder was alles klar so ach da drüben brennt es auch noch mein Gott was ist hier bloß los so da oben außer Reichweite ich muss dich da ran dann ist das auch gleich weg ne so jetzt aber zack gelöscht da vorne auch kommen wir nicht hin wenn ich jetzt hier dich da ran gehe bringt das auch nicht ach ich muss immer wieder anklicken das Teil so jetzt aber zack 10 von 15 da oben auch noch mal was drauf schmeißen 11 dann haben wir es gleich hier da oben auch noch mal drauf zack da hinten 12 12 13 da hinten brennt es auch noch erledigen wir jetzt mal das hier was wir sowieso zu erledigen haben und dichter ran gehen jetzt aber 14 eins noch ja ist ja gut ganz ruhig ganz ruhig 13 das brennt auch noch da oben 15 das haben wir siehste können wir den gleich mal zurückbringen hier ich bin der ja wir haben es gelöscht ja ist ja kein problem verwendet eine schleude von Asgard und 15 von Höllischen hast du nicht gesehen okay gut dann machen wir das benutzen wir mal so eine ach da oben die Viecher war gut erstmal hier auf den Apparat drauf hopp so die Frage ist wo sollen wir hin zielen ach da sollen wir zielen ach so oh Gott ist das schwierig das ist ja schon so mein Freund du auch da hinten nach Gottes Willen 15 von den Viechern sollen wir erledigen oh mein Gott das wird ja ein Spaß werden hier dieser Zauber ist noch nicht bereit zack den haben wir auch erledigt aha da oben ist noch jemand steckt sich da hinter den Büschen absteigen wie wir mal in anderen aus einer anderen Richtung schucken da vorne nämlich lauf mein guter Lauf hopp's da rauf so zack den haben wir auch das wird immer schwieriger glaube ich zu weit zu weit zu weit zu weit zu weit zu weit na schade wäre noch was gewesen da ist noch jemand das lädt immer noch auf so mein Freund du auch da hinten ist noch einer kriegen wir den auch zu fassen doch bitte 10 haben wir jetzt wo sind die denn hier alle oh mein Gott da hinten ist noch einer kriegen wir den zu fassen nee bestimmt nicht kann ich noch nicht ach hier sind überall welche nicht genug Energie nicht genug Energie nein das weiß ich wir müssen viel früher abdrücken viel früher aber da ist noch wieder einer da oben ist auch noch einer doch hast du nicht genug Energie komm schon ach Mensch mach schon 1415 haben wir alle super absteigen wir haben es perfekt ja ist ja gut ist ja gut ganz ruhig so rauf auf unser Reittier deswegen haben wir es ja süßte so nach und nach bauen wir das hier mal ab so mein Freund was führt uns hierher das ist die Frage so das nehmen wir mit 2300 alter Schwede so unsere die wir mal anlegen hier zack wir sind wesentlich besser gerüstet jetzt so wo sollen wir hin was sollen wir da eine helfende Hand spricht man Architekt ja genau wo ist denn das ach Gott das ist ganz wo anders muss ich mal raus zoomen oder was wo ist denn das nein das wollte ich jetzt gar nicht hallo ach da sollen wir hin eine helfende Hand ne so weit wollen wir ja nun gar nicht wir müssen erstmal darüber und da ein bisschen für Ordnung sorgen auf dieser Seite das machen wir auch können wir dann irgendwie da am besten hinreiten irgendwie da müssen wir durch ne irgendwie darüber müssen wir so ach da ist ein Weg genau wir reiten den Weg da sind wir rauf höllschreis wacht oh Gott na gut so hier ist aber im Moment noch nichts so mal ganz vorsichtig um die ach da unten sind sie ja oder auch nicht lagert hier ist kein Aas hier ist kein gar keiner nichts wo seid's denn ihr da läuft einer rum gut dann nehmen wir uns denen mal vor zack so mein guter was hast du dabei immer mitnehmen ach ich hab den verkehrten Schuss genommen den muss ich nehmen so ich brauche eins du wirst doch hier nicht er ist recht mal gar nicht so pass mal auf gehen wir mal gleich in die Höhle des Löwen so das lädt immer noch auf kampf supi was haben wir denn da mitgekriegt warte mal was war das da ist doch was benötigt Stufe 21 aha gut das nehmen wir auch mit an so da vorne ist noch jemand der liegt da rum und wartet dass wir ihn erledigen so den haben wir auch 4 von 15 was sollen wir denn hier sollen wir hier irgendwas sammeln ich weiß jetzt gar nicht ich weiß das gar nicht aber das sind Spinnen auch noch die brauchen wir aber jetzt gar nicht mal so uns nicht dichter angucken sondern wir müssen hier weiter so mal gucken auf die Karte wie groß das Gebiet denn hier eigentlich ist aha wir können hier mal hoch gehen bringt uns aber auch nichts glaube ich ne warum ist hier denn nichts los verstehe ich nicht das ist ja kurios mal rauf und schauen was hier oben los ist ach direkt vor einer Tür ist einer das habe ich gar nicht gesehen was das was war denn das Greif einer ich habe mir jetzt gar nicht drauf geachtet denn war schon einer hier hat aufgeräumt ich habe gar nicht gesehen was für eine Stufe das war ich habe leider nicht gesehen was das für eine Stufe war hätte mich ja mal brennend interessiert was haben wir denn da noch Gegenschuss so was ist das dabei 37 Kupfer gut halt das wollte ich jetzt gar nicht ach dumm ja ist ja gut verkehrten Knopf gedrückt kann ja mal passieren oder den wollte ich haben nein ich wollte den nicht haben den wollte ich haben ich habe kein Ziel Heiltrank er hat einen Heiltrank dabei gehabt 8 von 15 die 7 ist das ach Mensch ich ist viel zu weit weg so mein guter jetzt will ich mal ein Teddybär mal umbauen hier falls mal auf der ist jetzt defensiv er soll helfen bloß da mal ein Auge drauf halten dass er das auch macht ist hier noch irgendwas was wir mithaben sollen ich weiß gar nicht ich glaube nicht wir sollen glaube ich nur die Viecher umlegen hier das machen wir auch ganz gekonnt zack der ist hinne so mein Bruder du bist auch dran schön gezielten Schuss so was war das für eine Stufe 26 ok Stufe 26 was macht der denn hier der ist viel zu groß für diese Geschichte hier aber wie gesagt wir wollen auf jeden Fall nicht hier bleiben wenn wir Stufe 26 sind also das wäre das wäre viel zu einfach das wäre das wäre nicht gut halte mal um zack zack so weit so weit so gut das ging ja noch alles ziemlich simpel das muss eigentlich muss ich mal sagen naja Entschuldigung hast du jetzt so 15 wir haben alle umgelegt wir haben es geschafft so was haben wir noch ich gehe mal kurz auf die Karte lauern Träne die sollen wir da besorgen ok jetzt müssen wir mal auf unser Färbier oder auf unseren Goldkönig genau dann müssen wir da noch runter die Richtung und ich sehe schon wieder in der Zau wir haben schon wieder so viel Zeit verbraucht dass wir schon wieder fast einmal diesen Part abschließen müssen warte mal kann ich da so wir reiten mal hier voll querfeld ein volles Programm so ich hoffe hier oben sind das keine hier oben da oben ist die Horde so wir sollen auf jeden Fall da runter das sind doch ach so das sind unsere ok so ich weiß so was machen wir jetzt hier warte mal ich muss mal kurz auf die Karte gucken wir können ja mal ruhig die Quest abgeben das macht ja nichts saufen wir jetzt ab hier oder was schwimmen mein Freund schwimmen komm ich weiß nicht mehr durch dann haben wir natürlich die Tränen noch nicht besorgt aber das machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall so wir bringen erstmal hier diese Jungs diese Geschichte weg so wie darf ich helfen wir haben etwas für euch lebt wohl lebt wohl so was haben wir noch Trollglücksbringer den haben wir auch bringt den Tollzimmer hast du nicht gesehen das machen wir sehr schön oh warte wo ist denn da genau da ist noch jemand hallo ich habe ein schlechtes Gefühl hast du ok sammle 8 ach ach mensch nie ok machen wir wir halten die Ohren steif so müssen wir da nochmal hoch und diese Glücksbringer besorgen was haben wir denn jetzt ich mache es raus hier das ist Stufe 20 bis 25 ok und denn 25 bis 30 alles klar müssen wir uns merken und dann geht das wo weiter ich glaube hier nicht mehr hier ist Schluss glaube ich 2081 ich glaube dann geht das Richtung Sturmwind darf ich das denke ich mal da ist nichts ok wer ist das ich will nichts erzählen ich will jetzt nicht erzählen ah nein ich will nicht erzählen hallo hallo raus da ok ich sage vielen Dank fürs Zuschauen unsere Zeit ist schon wieder volles Fund durchgerannt ich wollte mal gucken was für eine Stufen wir hier so haben also wir müssen auf jeden Fall noch ins Steinkrallengebirge das müssen wir noch und dann geht das glaube ich nicht weiter für uns oder geht das da weiter südliches Brachland ach nee das ist das ist doch Horde da haben wir doch gar nichts zu suchen nee da haben wir gar nichts zu suchen das ist alles Horde hier hinten also wir werden dann sicherlich darüber müssen oder sehe ich das falsch ich weiß es gar nicht mehr Hinterland Brände Lassen wir uns überraschen wo wir hin müssen auf jeden Fall haben wir diese Quest für nächstes Mal nach auf jeden Fall also wir müssen hier diese Glücksbringer besorgen organisieren und hier diese Tränisch uns schnappen und dann geht das weiter dahin mal schauen wo uns das alles hinführt ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei World of Warcraft ciao 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 Vielen Dank.